In den Feste-Shows von Florian Silbereisen tritt jeder auf, der in der Schlagerbranche Rang und Namen hat. Egal ob Helene Fischer, Andrea Berg, Jürgen Drews oder Roland Kaiser, sie alle waren schon öfter bei dem Showmaster zu Gast. Doch es gibt natürlich auch Ausnahmen, die Künstler, die sich lieber von den Feste-Shows der ARD fernhalten. Zu ihnen gehört auch Schlagersängerin Claudia Jung. Sie selbst stand 2015 bei der Showausgabe Die Besten im Frühling bei Silbereisen auf der Bühne. Von einem weiteren Besuch der Sendung sieht sie jedoch ab, wie sie in einem Interview mit Freizeit Monat erklärte. Bei einem anderen Auftritt, der zwar nicht in einer Silbereisen-Show war, jedoch von derselben Produktionsfirma betreut wurde, bekam sie von einem Showverantwortlichen eine heftige Ansage. Man sagte zu mir, zieh dich um, sonst gehst du nach. Bemängelt wurde Jungs Hosenanzug mit tiefem Ausschnitt, jener wäre zu sexy. Daraufhin konterte. Ich sagte, du kannst dir das aussuchen. Entweder ich trage das oder ich gehe. Dieser Vorfall war für die Sängerin zu viel des Guten. So meidet sie seither die feste Shows von Florian Silbereisen, um dem Produktionsteam nicht noch einmal. Claudia Jung ist nicht die einzige Schlagersängerin, die es vorzieht, nicht bei Florian Silbereisen und seinen festen Shows aufzutreten. Auch Vanessa Mai sprach sich gegen die TV-Formate wie Schlagerboom, Adventsfest der 100.000 Lichter und Co. aus. Sie erzählte in ihrer ARD-Doku My Time is Now, dass auch ihr angeblich damals bei einem Auftritt in der Sendung vorgeschrieben wurde, Was sieht des Weiteren soll es eine Art Drehbuch für ihren Auftritt und die Interaktionen auf der Bühne gegeben haben. Vanessa Mai hatte davon genug und tritt jetzt lieber bei Silbereisens Konkurrenten in der Giovanni Zarella Show auf.